Wir fangen mal an mit den Artikeln. Also, liebe Leute, Throne in Liberty, wir haben neue Infos bekommen. Und diese zwei Artikel, die ich euch hier rausgesucht habe, von den Kollegen von meiner MMO, genauer von Marc Sellner und von Alexander Leitsch, beides Kollegen, die ich sehr schätze, haben nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Erstens, was wir so inhaltlich erfahren haben. Zweitens aber auch, das hat der gute Sputti hier sehr schön gemacht, warum es trotzdem sinnvoll sein kann, sich auf Throne in Liberty zu freuen. Und dann zum Abschluss dieses Throne in Liberty Themenblocks haben wir hier nochmal ein Video, damit ich hier euch nicht nur Artikel kredenze, sondern wir auch ein bisschen visuelles Material haben. Haben wir nochmal einen Artikel vom lieben Kollegen Force Gaming, der ein bisschen zusammenfasst, was wir an News haben, was wir an Leaks haben. Ich glaube, genau der Teil hier bezieht sich auf die Leaks. Und das hoffentlich, so wie ich ihn kenne, hoffentlich gut zusammenfassen und nochmal so ein bisschen kontextualisieren wird. Und dann haben wir vielleicht alle einen etwas besseren Blick davon, von was da jetzt drinsteckt, wie man das bewerten darf, was inhaltlich da rausgekommen ist und ob es überhaupt noch Sinn macht, sich darauf zu freuen und das Ding zu spielen oder eben nicht. Da, wie gesagt, finde ich gerade diesen Artikel hier sehr schön. Wir fangen mal an mit dem ersten Liga-Artikel von Marc Sellner. Ich werde das Ganze mal vorlesen. Also, ein MMO-RPG galt als die große Hoffnung für 2023, aber je mehr man darüber erfährt, desto schlimmer klingt es. Ist schon mal eine Überschrift, der man leider hundertprozentig zustimmen muss. Genau so ist es nämlich. Es ist, also, es ist, was heißt große Hoffnung? Es ist halt das größte MMO, das 2023 releasen wird. Ich glaube, den Begriff Hoffnung muss man da wirklich sehr vorsichtig betrachten und im Grunde eigentlich von Anfang an fand ich war das jetzt nicht ein Titel, den ich irgendwie mit dem Konzept Hoffnung in Verbindung gebracht hätte. Aber man hat zumindest geglaubt, dass hier eben ein großer, und das kann auch durchaus noch passieren, dass hier ein großer Titel kommt, der uns mal wieder so ein bisschen dieses schöne Gefühl eines neuen MMOs beschert und so ein bisschen, ne, eine schöne Zeit, die schönen ein, zwei Monate, die man immer so zum Start eines MMOs hat, dass das eben wieder stattfinden wird mit Throne of Liberty. Und das kann auch durchaus noch stattfinden. Ist jetzt natürlich nicht eine MMO-Hoffnung wie jetzt, ne, so ein Riot MMO oder vielleicht so ein Ashes noch oder jetzt so ein Pex Day oder so, wo man jetzt wirklich die Hoffnung hat, dass es wirklich sehr, sehr gute Spiele werden. Also, mit Throne of Liberty kommt noch lange Entwicklungszeit dieses Jahr ein echter MMO-Kracher. Für viele eine große Hoffnung für das Spielejahr 2023. Entwickler NCSoft hält sich bisher jedoch mit Informationen zurück und wie ein YouTube-Video nun zeigt, könnte das auch gute Gründe haben, ne, das ist allerdings richtig, ne, die Informationslage ist im Grunde eigentlich nur deshalb überhaupt da, weil wir die Leaks haben. Wenn wir die Leaks nicht hätten, dann wüssten wir im Grunde eigentlich fast gar nichts zu dem Titel, von daher durchaus richtig. Was ist Throne and Liberty? Das Spiel wurde ursprünglich als Lineage Eternal angekündigt und hat bereits eine langjährige und etwas holprige Entwicklung auf dem Buckel. Nun soll das MMO-EPG noch in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen und prallt mit grandioser Grafik und das scheint auch tatsächlich hinzukommen, von dem, was man so hört, spannenden Einflüssen von Wetter auf den Kampf und sogar Verwandlung in Tiere, die dann fliegen und schwimmen können. Viel mehr ist bis heute jedoch nicht bekannt. Erst vor wenigen Monaten verriet Entwickler NCSoft, dass man sich für das Publishing im Westen mit Amazon zusammentut, ne, wie mittlerweile viele. Amazon ist ja der Publisher schlechthin mittlerweile im Westen für MMOs, hat man das Gefühl. Die machen ja auch Blue Protocol. Hatten die nicht sogar noch ein drittes Projekt, was sie machen? Blue Protocol, Throne and Liberty. Ich glaube sogar irgendwas drittes noch. Auf jeden Fall. Amazon etabliert sich da tatsächlich als der westliche MMO-Publisher derzeit. Die damit das dritte große MMO in Folge für den Westen übernehmen. Also damit ist gemeint, erst Lost Ark, dann, beziehungsweise erst New World, dann Lost Ark und jetzt eben Throne and Liberty. Auch ein Playtest für ausgewählte Spieler gab es. Der liegt jedoch unter NDA, also Non-Disclosure Agreements. Es darf also nicht über ihn gesprochen werden. Dennoch hat das der ein oder andere auf Reddit bereits getan, wie das halt immer so der Fall ist. Natürlich sprechen die Leute darüber. Und Informationen über FN verbreitet, die nicht jedem gefallen dürften. Um welche Informationen handelt es sich also? Ein angeblicher Tester berichtete kurz nach der Beta vor allem von einem langweiligen Kampfsystem, was natürlich ein Problem ist für ein Spiel, das sehr Gameplay-fokussiert ist. Und FN ist das, wie wir noch sehen werden. Dieses soll zu statisch sein und schlichtweg keinen Spaß machen. Außerdem sei die Story nicht unbedingt toll, beziehungsweise man könnte auch sagen, nicht unbedingt so richtig vorhanden. Also es ist Story vorhanden, aber eine Story muss ja auch gut delivered werden. Und eine Story ohne eine gute Präsentation, ohne ordentlichen Aufbau, auch eine Verzahnung mit Gameplay-Aspekten und so ist ja nicht viel wert. Also Story nicht unbedingt toll und man könnte dem PvP in der offenen Welt nur bedingt aus dem Weg gehen. Gerade für PvE-Spieler natürlich. Eine sehr relevante Info, die jetzt nicht unbedingt so schön klingt, sagen wir es mal so. Der spanische YouTuber PvE-Zone hat nun jüngst in einem Video 75 Fakten über Throne of Liberty zusammengesucht, die die Stimmung über das kommende Spiel nicht unbedingt erhellen. Wichtig dabei ist, dass es sich bei vielen davon um Leaks und Reddit-Posts handelt. Die folgenden Informationen sind also nicht komplett verifizierbar. Autoplay und Skins, die euren Charakter verbessern. Da stolpert man über so eine Zwischenüberschrift und denkt sich, alles klar, mate, wisst mal Bescheid, das ist jetzt nicht unbedingt ein Garant für Spielspaß und Spielqualität. Gerade Autoplay ist natürlich so ein Ding, das geht bei uns im Westen gar nicht. Also Galaxy, vielen, vielen Dank für die Sieben. Das ist bei uns wirklich so ein Punkt, da glaube ich, da sind einfach, da machen einfach viele zu und auch aus völlig nachvollziehbaren Gründen. Und Skins, die euren Charakter verbessern, kennen wir auch schon aus diversen Asia-MMOs. Alles Sachen, die hier in der Regel nicht so gut ankommen und auch aus einem guten Grund. Welche Infos tun besonders weh? Von den 75 Fakten, die der YouTuber zusammensuchen konnte, ist ausgerechnet der letzte wohl der, der die meisten PC-Spieler stören dürfte, nämlich Autoplay. Soll also eine Funktion in Fortnite-Liberty geben, die einige Teile des MMORPGs komplett automatisch für euch spielt. Dabei soll es auch eine Oberfläche geben, die euch anzeigt, wie lange ihr schon automatisiert unterwegs seid, wie viel Erfahrung und Gold ihr währenddessen verdient habt und mehr. Man rühmt sich damit, guck mal, du warst Wäsche auffängen und du hast dabei 20 Gold und irgendwie drei Level gemacht, so nach dem Motto. Wie gesagt, ist ein Punkt, sodass da kannst du hier kein Blumentopf mit gewinnen mit solchen Systemen, aber zumindest in der Regel. Aber gut. Laut PvE-Zone nach soll das Autoplay-Feature immerhin limitiert auf normale Auto-Attacks und wenige Skills sein. Konter, Ausweich, Rollen, Heilungen soll der eingebaute Bot für euch nicht übernehmen kommen. Mit anderen Worten, es wird halt so ein Ding, ich meine, das ist aber ehrlich gesagt relativ egal, weil das Einzige, was das bedeutet ist, du kannst halt keine wirklich fordernden oder schwierigen Fights damit machen mit diesem Autoplay-Ding. Aber das ist ja auch nicht, worum es geht. Also du sagst ja jetzt nicht, so ich Raid, also Raids wird es sowieso nicht geben und vorhin eine Libratie, aber du sagst ja nicht, ich mach jetzt irgendwie diese krassen Ob-Mord-Dungeons oder ich mach jetzt irgendwie, was weiß ich, so ein Guild-Versus-Guild-Pvp-Fight im Autoplay. Das ist ja nicht, wofür du Autoplay machst. Autoplay machst du dafür, dass du dich in eine Gruppe von Mob stellst, auf Play drückst, dann Wäsche aufhängen gehst, vielleicht noch den Hund spazieren gehst und wenn du wiederkommst, hat er halt gelevelt und genau das scheint ja durchaus zu funktionieren. Danke, danke übrigens auch nochmal an Esco und an Svenson für die 100. Danke, danke euch. Esco für die 10, Galaxy für die 7, vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, das ist ja klar, du machst ja Autoplay immer nur für die nicht fordernden Inhalte, sondern einfach nur dafür, dass du halt ein bisschen AFK leveln kannst, ein bisschen Gold und ein bisschen XP passiv bekommst und dafür reichen wahrscheinlich dann Autotecks und wenige Sales absolut aus. Also das ist jetzt wenig überraschend. Für letzteres soll allerdings ein eingebautes Autopod-System sorgen, das Heiltränke für euch einsetzt, wenn ihr niedrige Lebenspunkte habt. Der YouTuber erzählt, dass das System an euer Pad gekoppelt sein soll. Okay, Pad ist auch nochmal so ein Ding, das machen ASIA-MMO sehr gerne. Irgendwie Pads benutzen, das haben wir in BDO gesehen, das haben wir in Los Ark gesehen. ASIA-MMO ohne irgendeine Form von Pad-System ist eigentlich gar nicht mehr und eine Pad im Sinne von Quality of Life Pad, Pad, das dir gewisse Features gibt, das gewisse Dinge für dich erledigt, jetzt nicht Pad wie bei WoW, wo was weiß ich, der Hunter so einen kämpfenden Raptor an seiner Seite hat, sondern Pad im Sinne eines, im Grunde eigentlich eines Features auf zwei Beinen, wo eben Funktionen erledigt werden von diesem Pad. Zum Beispiel gerne mal Items aufsammeln und solche Geschichten oder passive Perks geben oder, oder, oder. Ebenfalls stören dürfen sich viele an Skins in verschiedener Seltenheit, die euren Charakter verbessern, denn die schicken Outfits sollen in For the Liberty handfeste Werte haben und sogar upgradbar sein. Ob das auch bei uns im Westen erscheint, ist jedoch besonders fraglich. Amazon hat ein vergleichbares System in Lost Ark nämlich nicht zu uns gebracht. Das ist allerdings gut, dass er nochmal darauf hinweist, denn in der Tat sind diese ganzen Leaks, die wir haben natürlich, also ich denke mal, sowas, ich weiß nicht, ob man das rausnehmen kann, das Auto-Battle-Ding, aber sowas hier, hat er natürlich völlig zurecht geschrieben, ist natürlich bei uns im Westen gerne mal etwas, was angepasst wird, zumindest wenn es ein guter Publisher macht. Und in der Tat ist hier völlig zurecht darauf hingewiesen worden, dass Amazon da eigentlich durchaus ein Auge für hat und weiß, dass das bei uns durchaus ein System sein könnte, wo sehr viele Spieler verloren gehen, weil wir das nicht gerne mitmachen. Und dementsprechend, ja, sehr, sehr gut, dass er da nochmal drauf hinweist, aber trotzdem natürlich nichts, was jetzt geil klingt. Wetter hat noch mehr Einfluss als bisher gedacht. Wetter ist ja so ein Ding, was ich würde sagen, das größte Alleinstellungsmerkmal von Throne of Liberty ist. Wenn es überhaupt eins hat, dann ist es das Wetter. Es gibt ja dynamische Überflutungen, es gibt, Wetter hat einflusshaftes Gameplay, wenn dann plötzlich eine Blitzattacke, wenn es regnet, nicht mehr Single-Target, sondern AOE ist und so weiter und so weiter. Von daher, eigentlich der größte Punkt, der Throne of Liberty zu was Besonderem macht. Gibt es auch gute Informationen? Ja, denn das Wettersystem scheint tiefer zu gehen, als viele dachten. Dass Wind, Wetter und Wasser die Kämpfe beeinflusst, war ja ohnehin schon einer der größeren Selling Points von Throne of Liberty. Ja, so ist es. Doch auch Tag und Nacht verändern, wie sich euer Charakter verhält. Als Beispiel nennt der YouTuber die Dolchfähigkeit Venom Blatt. Diese macht angeblich tagsüber 20% mehr Giftschaden, während sich nachts sein Rohrschaden um 20% erhöht. Doch auch euer Gegner verändern sich. Eure Gegner verändern sich. Ein Pflanzen-World-Boss wird etwa größer und stärker, wenn es vorher geregnet hat. Das ist halt so geil. Warum kann es so ein System nicht in einem geilen MMO geben, Leute? Weil das ist so geil. Vielen, vielen Dank übrigens an niemand für die fünf Monate. Ganz, ganz lieben Dank. Und BJ, Modo, mach mal. Wie gesagt, schreibe mal noch über Discord drüber. Warum kann es sowas hier nicht geben in einem guten, richtig guten MMO? Weil das klingt so geil. So, dass Abilities sich verändern, also zumindest so ein paar. Je nachdem, wie die Umgebung ist. Ob es jetzt Tag ist, Nacht ist, regnet, schneit, was auch immer. Oder Weltbosse tagsüber halt anders sind als nachts. Das ist so eine coole Idee. Finde ich wirklich, wirklich nice. Auch im direkten Kampf können Spieler das Wetter für sich einsetzen. Als Besitzer einer Burg könnt ihr sowohl zweimal am Tag das Wetter beeinflussen und somit Starkregen die Katakomben fluten, über die man sonst in eure Festung eindringen könnte. Gerade auf diese Infos gibt es viel positives Feedback in den Kommentaren. Klingt auch wirklich gut. Also das Wettersystem ist wirklich, wirklich nice. Und ich glaube, alleine, um das mal kennenzulernen, aber da kommen wir gleich beim zweiten Artikel zu, könnte es sich schon lohnen, da vielleicht mal reinzuschnuppern. Auch wenn der Rest, naja. Äh, was wird heiß diskutiert? Uneinig, ob gut oder schlecht, scheint sich sowohl der YouTuber als auch die Kommentierenden bei zwei Dingen zu sein. Zum einen soll es ein Upgrade-System für Ausrüstung geben, bei dem man seinen Krempel bis plus zwölf verbessern kann. Allerdings scheinen nur bis sechs, also bis plus sechs, auch der Erfolg garantiert. Danach können die Items beim Aufwerten wohl kaputt gehen. Klassiker, ne? Da bimmeln sämtliche Glocken, äh, jener, ähm, oder derer, die, äh, so MMOs, äh, Asia-MMOs bis jetzt gespielt haben. Weil, äh, Items, die kaputt gehen können beim Upgraden, so das ist halt, alter Schwede, warum können die das nicht mal überwinden? Warum können die diese, diese Bullshit-Ideen nicht mal überwinden? Ich mein, Lost Ark hat das doch auch nicht. Da hast du zwar auch diesen, diesen Aufwärts-Grind permanent, aber die Sachen können halt wenigstens nicht kaputt gehen. Also, ich mein, ich kenn das von, ich kenn das halt persönlich von Archeage, ich hab ja sehr lange Archeage gespielt, ähm, da war es erst kaputt gehen, dann war es irgendwann kristallisieren, das heißt, die Sachen sind zwar nicht kaputt, aber du musst halt deinen Aufwand betreiben, um sie quasi wieder herzustellen. Warum? So, das ist halt, oh Gott. Also, das wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum das heiß diskutiert wird, weil aus meiner Perspektive, könnt ihr mir gerne widersprechen, für den YouTube-Teil auch gerne in den Kommentaren, aber aus meiner Perspektive ist ein Random-Upgrade-System, bei dem Items kaputt gehen können, ist kein diskutabler Punkt, so, das ist einfach der absolute Bullshit, so, das, das respektiert oder disrespektiert, besser gesagt, meine Zeit in einer Art und Weise, die ich unglaublich unangenehm finde, so, wenn, es ist okay, wenn ich grinden muss, es ist okay, wenn ich, ich kann sogar noch damit leben, wenn ich halt mal Glück brauche oder so, das war nicht mein, mein Favorit unter den, ähm, Progress-Systemen, aber mein Gott, aber wenn die, mein Progress lediglich, also, regelrecht zerstört werden kann, dadurch, dass ich halt Pech hab und die Sachen gehen kaputt, so, dann ist bei mir ein Punkt erreicht, wo ich sage, das ist einfach, das ist spielerunfreundlich, so, das ist aktiv spielerunfreundlich und, äh, ein System, das, äh, im Wesentlichen eigentlich dafür gedacht ist, Geld zu verdienen, weil ich weiß nicht, ob das hier drin sein wird, aber, äh, der Shop von, von Liberty, das wird hoffentlich spätestens hier gleich thematisiert, der Shop von von Liberty wird ja auch nochmal so ein Thema und diese alten, äh, Kaputtsysteme quasi, sind auf jeden Fall verzahnt, natürlich mit Pay-to-Win-Systemen und die sind nicht dafür da, dass wir als Spieler eine bessere Experience bekommen, dass wir irgendwie mehr Spaß haben mit einem Spiel, äh, wie gesagt, wenn, wenn's einfach lange dauert, so, okay, gut, ist quasi auch mit Pay-to-Win verbunden in der Regel oder Pay-to-Progress besser gesagt, aber halt noch so halbwegs tolerabel, aber das geht halt gar nicht, also, dass, äh, Sachen kaputt gehen können, finde ich immer richtig scheiße und ist immer eine sehr, sehr harte Red Flag, ähm, die man auf jeden Fall genau so auch thematisieren muss. Des Weiteren sind auch die Infos zur Verwandlungsfähigkeit in der Kritik, so sagt PvE-Zone, dass man als Vogel nicht frei fliegen, sondern bloß gleiten könne, dafür gäbe es Winde in der Luft, die man an bestimmten Stellen nutzen könne, also ähnlich wie das Gleiten in Guild Wars 2, oder das Drachenreiten in WoW, könnte man hier noch schreiben, finde ich ehrlich gesagt okay, äh, davon zeigen sich einige enttäuscht, andere dachten wohl von vornherein, es sei gar nicht anders, ich habe ehrlich gesagt auch damit gerechnet, weil wir haben ja auch den Grab, also diesen Grappling-Hook schon gesehen von Throne of Liberty und auch der ist ja nicht frei verwendbar, so wie es aussieht, so wie wir aus Videos entnehmen konnten, sondern immer nur so an spezifischen Fixpunkten kannst du diesen Grappling-Hook benutzen, dementsprechend wundere mich das jetzt auch nicht, wird halt sein wie das Gleiten in Guild Wars oder wie, äh, das Drachenfliegen oder ein bisschen wie ein Archeage vielleicht auch, da gab es ja auch einen Gleiter, finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. So, was haltet ihr von den Informationsfetzen, bla bla bla? Also, ähm, erstmal schöner Artikel, hat der Kollege gut gemacht, äh, wie ich finde, ähm, da haben wir auf jeden Fall einige Punkte, die halt wirklich, ne, diese Überschrift rechtfertigen, also je mehr man erfährt, desto schlimmer wird es, wir haben Autoplay da drin, wir haben Kostüme da drin, die vielleicht nicht zu uns kommen, aber wenn sie kommen, dann wird es ein Desaster, ähm, wir haben, äh, ein sehr schönes Wettersystem, auf jeden Fall, aber gerade, wie gesagt, dieser Punkt mit, äh, zerstörbaren, ähm, Upgrades, so, das ist halt wirklich, das ist, also das geht eigentlich gar nicht, seien wir mal ehrlich, ähm, dass Items kaputt gehen können, wenn man, wenn man upgradet, finde ich, also das sollte in einem neuen MMO nicht mehr drin sein, wie ich finde, ähm, zumindest keinem, was mehr sein will, als nur irgendwie ein Pay-to-Win-Bullshit-Game. Gut, also wie gesagt, relativ viele schlechte News, leider zu Throne of Liberty, jetzt haben wir dazu aber, äh, ein, äh, Artikel von, dem lieben Sputti, und da schreibt er, warum 2023 ein neues MMO-RPG erscheint, das miserabel klingt, aber er sich trotzdem wie verrückt drauf freut. Äh, ne, man kann ja jetzt sagen, okay, wir haben viel Negatives gehört, warum freut er sich denn da drauf? Steht übrigens auch ein sehr kontroverser Artikel zu sein, 43 Kommentare, holy shit, das ist sehr viel für meine MMO-Verhältnisse. Ähm, wir schauen mal, wie er das, äh, begründet, ich hab ihn mir schon durchgelesen und ich finde ihn wunderschön, äh, wirklich 9 von 10 Sputti-Artikel mag ich sehr, 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 sehr gerne, und der gehört auf jeden Fall dazu, von daher, ähm, schauen wir mal, also, Throne of Liberty ist das neue MMO-RPG von NCsoft, ähm, Lineage Ion gemacht und sah in den ersten Trailern richtig gut aus, so, naja, äh, doch die neuesten, also grafisch vor allen Dingen saß es richtig gut aus, gameplaytechnisch hatte man ja sehr früh schon sehr harte Zweifel, ob das was werden könnte, grafisch sah es in der Tat richtig gut aus, aber nur grafisch. Die neuesten Informationen aus Interviews und Leaks klingen gar nicht gut, meine MMO-Redakteur Alexander Leitsch freut sich trotzdem drauf und hat das ein, und das hat einen bestimmten Grund. Von der Liberty klang anfangs wie das perfekte MMO-RPG für mich, offene Spielwelt, Fokus auf Story, das ist Bullshit, weil ich gesagt habe, ich habe von Anfang an leider befürchtet, denn wir haben zwar, ähm, diese Versprechungen gehabt, dass Story eine große Rolle spielen soll, aber was wir in den Trailern gesehen haben, war immer der klassische Asia-MMO, ähm, PvP-Bullshit, ne, also Gildenkriege, große Belagerungsschlachten, so, das, das was in Asien eben auch recht beliebt ist, da war nie viel, viel Focus auf Story erkennbar, das war immer eine große Worthülse und von daher habe ich schon befürchtet, dass das eher nichts so trifft, aber ja, auf eine Welt auf jeden Fall, Kletterhaken, wobei auch da, wie gesagt, man schon früh in den Trailern gesehen hat, dass es immer nur eben diese spezifischen Punkte gibt, wo du das quasi so, ähm, Quicktime-Event-artig triggern kannst und es nicht frei ist und eben die Verwandlung in Reittiere, ein spannendes Wettersystem, äh, das Einfluss auf Gebiete, Monster und Fähigkeiten hat, sowie riesige Weltbosse, die man, äh, nur in einer großen Gruppe besiegen kann, dazu die starke Grafik, die in der Tat richtig gut ist und die soll auch weiterhin richtig gut sein, so, einer der Größen-Pluspunkte, ähm, die, die Tester immer wieder hervorgebracht haben, neben dem Wettersystem, weil man die Grafik ist schon geil, also, das wird schon, äh, wie es aussieht, ein grafischen richtig, richtig gutes MMO-RPG. Mein Enthusiasmus war also geweckt. Bei mir war auch sehr viel Skepsis geweckt, aber klar, ne, da waren auf jeden Fall durchaus Dinge drin, auf die man sich freuen konnte. Doch mit jedem neuen Detail sinkt meine Zuversicht. So wurde bereits bestätigt, dass es nachts offenes PvP ohne Karma-System geben soll und das ist der wesentliche Punkt, den er da schreibt. Es wurde nämlich nicht nur geleakt, das wurde bestätigt. Wir wissen, dass das so sein wird. Das wurde offiziell bestätigt, dass es nicht mehr nur ein Leak, sondern es wird nachts, äh, offenes PvP ohne Karma geben, das heißt, du kannst einfach weggegankt werden. Zwar kann man keine Items verlieren, also keinen Full-Loot-PvP, aber andere Spieler können eben einen in der offenen Welt ohne Strafen töten, zumindest halt nachts. Na, und wir haben ja so ein System, das, glaube ich, ungefähr so zwei Drittel Tag und ein Drittel Nacht oder irgendwie sowas in der Richtung ist. Von daher ist schon auf jeden Fall ein Punkt, den viele Leute nicht so geil finden. Angebliche Tester berichten zudem von einem starren Tap-Target beim Kampfsystem. Bei rund 80% der Fähigkeiten sollt ihr euch nicht bewegen können, während ihr sie wirkt. Ihr steht also einfach nur an einem Ort rum, manche Animationen sollen sogar so lange dauern, dass Feinde im Nahkampf einfach davonlaufen. Also das ist wirklich, oh mein Gott, das klingt wirklich, wirklich, wirklich schlimm, muss man sagen. Ähm, Tap-Target hatten wir ja schon mal in einem der vorigen Streams oder Videos, je nachdem, ob ihr gerade auf Twitch oder auf YouTube dabei seid. Und, ähm, das ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich, also Tap-Target kann ja, kann ja okay sein. So, ich meine, ich mag zwar mittlerweile Action lieber, aber du kannst ja Tap-Target noch gut umsetzen, nur es darf halt nicht starr und undynamisch sein. Es muss halt schon so ein bisschen, ein bisschen aktiver, ein bisschen dynamischer mit ein bisschen Mobility mit nicht mehr 80% Fähigkeiten, bei denen ich stehen muss, um zu casten. So, das ist vielleicht bei ein, zwei spezifischen Klassen, die so gebaut sind okay, aber nicht bei allen. Und bei Foreign and Liberty wird es ja gar kein Klassensystem geben, sondern es wird ja ein Waffensystem geben wie bei New World. Und da klingt das schon wirklich nicht gut, muss man sagen. Zuletzt sind zudem Informationen zum Autoplay und Pay-to-Win bei den Skins aufgetaucht. Das ist der Artikel, den wir gerade hatten. Trotzdem, und jetzt kommt der Turning Point in dem Artikel, trotzdem freue ich mich extrem auf den Release von Foreign and Liberty. Und das liegt nicht daran, dass ich an den Erfolg des MMOs glaube, sondern weil es ein brandneues Spiel ist, zu dem wir nahezu gar nichts wissen. Mein Entdeckerdrang ist geweckt. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und der wirklich nachvollziehbar ist und den wir, glaube ich, alle so ein bisschen kennen. Neue Welt, keine Ahnung. Wenn ein neues, großes MMO-RPG erscheint, fallen für mich immer Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Herrlich geschrieben. Wie ein Kind warte ich gespannt auf all die Geheimnisse, die ich entdecken kann, wie früher beim Auspacken der Geschenke. Ich erkunde eine brandneue Welt, kenne keine Quests und lerne einen ganz neuen Spielstil. Dabei ist mir in den ersten Stunden sogar komplett egal, wie schlecht das Spiel ist. Jedes neue MMO ist ein neues Abenteuer, das ich genieße. Das kann ich so unterschreiben. Das kann ich so. Und ich glaube, wenn ich das nicht unterschreiben könnte, könnte ich den Job auch nicht machen. Also selbst wenn ein MMO-RPG schlecht ist, ich meine, es darf nicht ganz schlecht sein, aber selbst wenn ich am Ende weiß, okay, ich spiele dieses MMO jetzt vielleicht höchstens drei, vier Wochen oder so, ist immer so dieses, es ist eine neue Welt, die kennt auch keiner. Also es ist nicht für mich eine neue Welt, sondern es ist komplett eine neue Welt. So, wenn ich eine neue Welt habe und aber der Rest der MMO-Community spielt das Spiel um die seit fünf Jahren, dann ist es natürlich nicht dasselbe. Aber wenn die Welt ganz neu ist, du erkundest es mit allen zusammen auf einer Augenhöhe so. Jeder hat genau dieselbe Perspektive wie du, nämlich die eines neuen Spielers, der gerade alles neu entdeckt. So, das ist bei mir komplett dasselbe. Also ich liebe das auch, wenn MMOs neu sind und selbst wenn die am Ende nicht gut sind, ich spiele trotzdem rein. Gerade wenn die gratis sind so. Und wenn die jetzt irgendwie ein By-to-Play-MMO sind, muss man das natürlich überlegen, ob das das Geld wert ist. Aber ich kann das super nachvollziehen. Ich finde auch, es ist immer so eine magische Zeit. Da hatten wir es jetzt auch mehrmals schon in den letzten Streams drüber über dieses Thema. Es ist immer eine magische Zeit, wenn ein neues MMO kommt und man weiß einfach nicht, was abgeht. Und deshalb kann ich diesen Artikel so nachvollziehen. Bei Fortnite Liberty kommt noch hinzu, dass ich keine Beta spielen konnte. Ja, wer konnte das auch schon? Eigentlich nur Leute, die gecheatet haben oder... Eigentlich, nee, niemand. Bei dem Spiel niemand sogar. Außer halt die Leute, die da vor Ort waren und eingeladen waren in... Wo war das? Korea, ne? Und kaum Details kenne. So wissen wir zwar, dass es anstelle von Klassen verschiedene Waffen geben wird. Doch die genauen Waffen und ihre Skills kennen wir nicht. Kennen wir nicht die Waffen? Ich glaube, wir kennen die Waffen, oder? Konnten bisher nur eine Infos aus dem Trailer sammeln etwa sieben Waffenarten. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also Waffen weiß man, glaube ich, so ein bisschen zumindest. Zudem soll das MMO-EPG simultan in der ganzen Welt erscheinen. Selbst die koreanischen Spieler haben also keinen Wissensvorsprung. Außer die Leute, die die Beta gespielt haben vielleicht. Aber das waren ja auch nur 100 wohl. Von daher durchaus richtig. Mein Hype auf den Release des Spiels ist also ungebremst. Trotz all der schlechten Nachrichten und des unklaren Release-Datums. Denn bisher heißt es immer noch, dass Throne and Liberty in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen soll. Doch dafür haben die Entwickler nur noch knapp zwei Monate Zeit. Derzeit rechnen viele, mich eingeschlossen mit einer Verschiebung. Ja, da kann auch ich mich nur anschließen. Ich glaube, gestern habe ich gelesen, dass es angeblich irgendwie in irgendeinem Investor- oder Quartalsbericht oder irgendwas hieß, dass es auf Q3 verschoben werden soll. Aber das ist unbestätigt. Ich habe das nur irgendwo gelesen. Ähm, aber es ist in der Tat so, viele rechnen mit einer Verschiebung. Die haben zwar gesagt, die sind fertig, das haben sie schon gesagt, äh, Ende letzten Jahres, als sie, ähm, das nicht released haben, weil es ja zu nah an WoW Dragonflight dran gewesen wäre. Sehr wahrscheinlich. Aber es ist in der Tat so, dass eine Verschiebung sehr wahrscheinlich ist. Glaube ich, dass Throne and Liberty einen dauerhaften Erfolg haben wird? Eher nicht. Zumindest, wenn es genauso erscheint, wie die angeblichen Leaker es beschreiben. Aber ich weiß, dass sich zu Release zehn oder sogar hunderttausende drauf stürzen werden und ich werde dazugehören. Auch das ist komplett richtig. Kann ich absolut, absolut unterschreiben. Es werden sehr viele Leute werden diese Spiel spielen alleine schon wegen der Grafik. Und weil es ein neues MMO ist, was halt relativ hohe Produktionswerte hat, selbst wenn es Bullshit-Systeme drin hat. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich sehe das genauso. Ich glaube nicht an dauerhaften Erfolg bei uns im Westen. Ne, im asiatischen Raum sieht es natürlich anders aus. Aber bei uns im Westen, glaube ich, da eigentlich auch nicht dran, wenn es so wird. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass viele Leute hier eine geile erste Zeit haben. Geile drei, vier Wochen mit dem Spiel haben. Und man muss halt auch mal überlegen, ist es nicht auch, auch okay mal, wenn man drei, vier gute Wochen hat mit einem Spiel und jetzt nicht drei Jahre. Weil natürlich wünschen wir uns alle eine MMO, wo wir drei Jahre Spaß mit haben. So wie damals vielleicht mit, äh, WoW oder als Guild Wars 2 rauskam oder was Leute mit Final Fantasy oder eh so da hatten. Natürlich, wir wünschen uns alle eine MMO-RPG, mit dem wir, mit dem wir drei Jahre oder mehr Spaß haben am Stück. Ähm, und nicht so dieses, ne, du spielst einen Titel irgendwie paar Wochen und dann ist wieder gut. und, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde auch nicht, dass man ein Spiel dafür kritisieren sollte oder man eine Erfahrung, besser gesagt, Spiele schon, aber eine Erfahrung, dafür kritisieren sollte, dass sie nur drei, vier Wochen oder sowas hält. Wenn das drei, vier geile Wochen sind, ist doch nice. Da nehme ich die gerne mit. Ähm, aber in der Tat, natürlich wünschen wir uns alle was, ne, ne langfristige Beziehung und nicht den, den MMO-Quickie. Das ist schon richtig. Ähm, so, sollte das Spiel dann scheitern, habe ich genügend Alternativen zur Auswahl, bla, bla, bla. Außerdem war For the Liberty von Anfang an nicht mein MMO-RPG des Jahres. Das wird Blue Protocol. Naja, das muss man aber abwarten. Das mit dem Kampfsystem, Focus auf Dungeons, Raids, jaja, okay. Also, ne, wie gesagt, das ist ein schöner Artikel, kleiner schöner Artikel gewesen, der schön auf den Punkt bringt, warum man sich trotzdem auf For the Liberty freuen kann, obwohl wir mittlerweile so viele negative Infos gehört haben, obwohl wir mittlerweile so viel, ähm, gehört haben, was eben dagegen spricht, dass es jetzt dauerhaft ein geiles Spiel wird. Trotzdem kann man sich drauf freuen und ich finde, er hat das gut beschrieben, warum uns, äh, wie gesagt, diese magische Anfangszeit, die man mit der MMOs hat, die ist schon was Schönes. Deshalb wollte ich den hier durchaus noch mit reinnehmen. So. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Musik ausgeht. Denn jetzt gucken wir mal hier rein. Ähm, da ist das Ganze jetzt nochmal in Videoform. Ich hoffe, ein bisschen mehr Infos, ich hoffe, ein bisschen kontextualisiert. Das macht der Kollege hier in der Regel eigentlich ziemlich gut. Deshalb hören wir uns mal an und damit endet jetzt auch der For the Liberty-Blog, der sehr, sehr lang wird, vor allem für YouTube, sorry dafür. Äh, hören wir uns jetzt mal an, was der gute Herr dazu sagen hat und, ähm, sehen nochmal ein bisschen Bildmaterial, weil das gerade natürlich jetzt komplett gefehlt hat. Das gibt vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal so ein bisschen eine Perspektive, die halt wertvoll ist. Also, For the Liberty, huge updates for this new MMO. Wird sich inhaltlich teilweise mit dem überschneiden, was wir jetzt gerade gehört haben, natürlich, aber hoffentlich nochmal so ein bisschen intensiver, bisschen ausführlicher das ein oder andere in den Fokus rücken. Let's go. Still one of, if not the best-looking MMO slated for 2023. Now, admittedly, the list of competition is short, with only a few other MMOs technically planned for the year. Those being Blue Protocol, Odin Valhalla Rising, and Ashfall, which, if I'm speaking frankly, Blue Protocol is the only decent-looking one of that bunch, but even if competition is light, it doesn't really matter because I genuinely think there's some really cool things about Throne and Liberty. They've said it's gonna be a third-person hybrid action-combat MMO, which looks to mean... Hybrid action-combat MMO. Das muss man mit sehr viel, sehr viel Vorsicht genießen. Also, wie viel Action da drinsteckt, wie gesagt, wird das halbwegs bestätigt, was wir jetzt gehört haben, von mehreren unabhängigen Personen. Die zwar alle sagen, sie haben die Beta gespielt, aber das ist jetzt nicht nur eine Person, auf der das quasi zurückgeht, diese Infos. Ist das natürlich mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Probably gonna be getting a soft-lock system that blends action and tap-targeting. Kind of like what we see in Guild Wars 2 and Elder Scrolls Online. The game's primary focus will be on challenging cooperative PvE. We've seen stuff like these non... Ah, was? Da müssen wir mal eben kurz reinhören. Hat er gerade gesagt, der Fokus liegt auf challenging PvE? Weil das ist exakt das Gegenteil von dem, was die Leaks sagen. Cooperative PvE, we've seen targeting, kind of like what we see in Guild Wars 2 and Elder Scrolls Online. The game's primary focus will be on challenging cooperative PvE. We've seen stuff like... Also, ich verstehe nicht, warum, wie er das sagen kann. Weil, ähm, entweder... Entweder hat die Leaks, also die tatsächlichen Leaks nicht gesehen. Warte, das zeige ich euch mal eben. Ähm. Weil das ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt mehrmals schon gesehen haben. Ähm. Und das, äh, muss ich sagen, das würde mich sehr, 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 sehr... Also, ich verstehe überhaupt nicht, wie er auf die Idee kommt, das zu sagen. Sorry, dass ich da eben, ähm, ähm, intervenieren muss, aber, äh, das ist hier der Artikel. Das war, als der ersten Leaks rauskam. Und das ist, also, das ist überhaupt nicht der Fall. Das wundert mich jetzt mega. Ähm, der absolute Fokus, hier, dieser Satz, der große Fokus im Endgame, wie gesagt, das ist jetzt meine Memo, aber das gibt's halt, gibt's auf tausend anderen Seiten auch zu lesen. Ich wusste jetzt nur halt gerade, dass dieser Artikel da ist, ähm, deshalb hab ich den jetzt rausgesucht. Der große Fokus im Endgame liegt auf dem PvP. Der liegt nicht auf PvE. PvE ist überhaupt kein Fokus. Das ist sehr, sehr merkwürdig, dass das jetzt kommt, weil, äh, wir ja von vornherein immer schon gesagt haben, dass die, ähm, Videos, abgesehen von den Weltbossen, äh, eigentlich kaum was an PvE oder Story oder sowas zeigen, sondern wirklich fast nur, äh, PvP schlachten. Und dementsprechend, ähm, es eigentlich schon sehr, sehr klar war, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht. Das ist ja auch nicht, auch nicht unüblich für ein Spiel dieser Art, für ein, für ein asiatisches MMO dieser Art. Und dementsprechend, äh, keine Ahnung, wo die Infos herkommen. Vielleicht sagt er das gleich nochmal so ein bisschen, wie er auf die Idee kommt, aber alle Leaks, die, oder fast alle Leaks, die wir gehört haben, haben immer ganz, ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, äh, der große Fokus im Endgame liegt natürlich auf dem PvP. Das wird kein PvE-MMO. Was, also welches PvE denn auch? Es wird keine Story haben, die jetzt irgendwie besonders gut delivered wird, so, so Theme-Park-mäßig. Es wird, äh, sehr wahrscheinlich, wenn die Leaks, äh, stimmen eben auch keinen, keinen großen, äh, PvE-Content klassischer Natur haben, also außer halt diesen Open-World-Dungeons, ähm, die aber so ein sehr grindlastiges Ding wohl werden, wahrscheinlich, und dementsprechend sehr komische Info. Und Tab-Targeting, kinda like what we see in Guild Wars 2 and Elder Scrolls Online. The game's primary focus will be on challenging cooperative PvE. We've seen stuff like these non-instanced, open-world, multi-layered Dungeons, where you can go deep in and just, like, have people running all over the place and stuff. It sounds really cool. Bunch of big boss battles with what we've seen, like, being hundreds of players on the screen. There's also gonna be various types of PvP, including open-world with a PK-System, some smaller-scale things like arenas, and even these large, 100-plus-player castle sieges with these giant golems smashing through walls. We've also got some really cool dynamic features, particularly with the weather and day-night cycles that directly affect the environment, with, like, areas flooding when it rains, becoming inaccessible, or giving you access to new spots, or enemies getting stronger during storms, stuff like that. But on top of that, weather is also gonna alter player spells and attacks, like we've seen the wizard's lightning bolt, which during a clear day is single target, but then when it rains, it turns into a chain lightning. It also looks like there's gonna be a lot of different traversal systems, like your player can mantle and climb a lot of stuff in the environment. That's übrigens das, was ich gerade meinte, bei den beiden Artikeln, dieses Grappling-Hook-System, wo du immer diese Punkte hast. Also er kann jetzt nicht dahin grappeln, er kann nicht dahin grappeln und er kann auch nicht dahin grappeln, sondern nur da, 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 in diesen ganz spezifischen Punkten. Das wird also kein freies System sein, sondern eben so ein, ja, so ein Quick-Time-artiges System, wo du genau den Pfad vorgegeben hast und keinen freien. Was ein bisschen schade ist, weil natürlich wäre es freier viel geiler, wenn du dich überall dranziehen könntest, und wäre natürlich viel, viel schöner. You're gonna have access to a grapple-hook, letting it zip around and pretty much everyone in the game plays as a druid as it features this transforming into animals to increase your land, sea, and air movement speed. So yeah, like I said, there's just a lot of cool systems and features with the game and that is only like the bullet point preview of everything we know about Throne in Liberty at the moment, much of which sounds really cool. I'm really looking forward to jumping in and trying the game myself. Now since our last Throne in Liberty video, which was back in December, there's been quite a few updates for the game between a few rounds of alpha testing out of which came some interesting leaks. But then also we had some official announcements, including the Western release window that looks to be just a few months away. And you know what? While you're waiting those few months to play a new MMO, why not check out an MMO that's playable right now? Such as today's sponsor, Dragonair Sight. All right, so let's jump into all of the new stuff with Throne and Liberty. First, I want to start off with some of the official news and announcements. So back in January, NC announced that they would soon be conducting one of the final rounds of testing for Throne in Liberty and that anyone living in South Korea could register to play. The test servers would be live on February 21st and 22nd, lasting for roughly five hours each one of those days. And from my understanding, this wasn't one of those like Korean tests that you could just sign up with a VPN because apparently the testing would all be done locally at participating locations in Korea. So this was a very much so localized event. then in mid-February during NC softball. Okay, das ist ein wesentlich, muss ich leider wirklich sagen, wesentlich, also bis jetzt zumindest, weniger akkurates Video, als ich das vermutet hatte bei Force. Also was man hätte sagen können, erstens ist, das war in der Tat ein Test, der vor Ort stattfand. Ungefähr, ich glaube, 100 oder plus minus 100 Leute waren involviert. Die haben sogar, wie wir mittlerweile wissen, Grafikkarten geschenkt bekommen für ihre Partizipation. quasi als, ja, Belohnung sozusagen oder als Bezahlung. Und es waren eben nur 100 Leute. Und das heißt natürlich, dass man im Rahmen dieses Tests sehr viele Dinge gar nicht testen konnte. Also gerade performance-technisch, du natürlich mit so wenig Leuten keinen wirklich guten Eindruck davon bekommst, wie gut etwas laufen wird. Wir wissen mittlerweile auch, dass diese Entscheidung, das Kampfsystem so zu machen, wie man es wahrscheinlich gemacht hat, immer, wie gesagt, vorausgesetzt, das, was wir wissen, kommt so hin. Aber das Kampfsystem ist ja mit einem Grund so gemacht. Also das ist eben so statisches, dass es ein relativ langsames, undynamisches Tap-Target wird, weil eben dadurch die Performance nicht ganz so schlimm ins Gewicht fällt, als wenn du jetzt auch noch ein Action-Feuerwerk-Sondergleichen hättest. Es passt also durchaus dazu. Aber trotzdem ist natürlich performance-seitig nicht viel testbar gewesen bei einer so kleinen Anzahl an. Und auch andere Dinge können natürlich mit 100 Leuten vor Ort, ich meine, das waren nur die Leute vor Ort, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr habt ein riesiges MMO, wo eine zweistellige Millionenanzahl an Geld reingeflossen ist, und euer Playtest findet vor Ort statt, mit 100 Leuten. Bei einem MMO, wo wir wissen, dass da Hunderttausende auf die Server strömen werden, wenn das Ding released. Und du machst einen Playtest vor Ort in so einer Halle, oder was weiß ich was, mit 100 Leuten. Also das ist Hanebüchen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, ehrlich gesagt, wie das einen Eindruck geben soll davon, wie dieses Spiel sich dann spielt. Weil 100 Leute ist natürlich wenig repräsentativ. Also du kannst viele Dinge gar nicht testen mit so wenig Leuten. Du kannst von Performance keine Ahnung haben mit so wenig Leuten. Also keinen wirklichen Eindruck bekommen, der belastbar wäre. Und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr fragwürdig. Und was auch fragwürdig ist, ist, dass er zwar gesagt hat, dass das Spiel noch kommen soll jetzt in der ersten Hälfte, aber wir eben so wenig Infos haben. Also man hält sich wirklich sehr, sehr, sehr bedeckt. Ja, auch überdurchschnittlich bedeckt, würde ich behaupten. Wenn man bedenkt, was wir im Vorfeld von anderen MMO-Releases so an Infos bekommen haben. Klar, das ist nicht das einzige MMO. Wir wissen, es gibt auch andere MMOs, die mit relativ wenig Infos so um sich schmeißen. Das Riot-MMO zum Beispiel. Aber die sind auch noch weit von einem Release entfernt. Hier reden wir von einem Release in ein paar Monaten. Und da muss man schon sagen, das sind schon verdächtig wenig Informationen. Dementsprechend sehr, sehr, sehr wenig kritisches Hinterfragen in den ersten vier Minuten. Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich leider sagen. Und gerade eine harte Fehlinformation, zumindest halt wie gesagt, wenn die Leaks auch nur ansatzweise hinkommen mit dem PvE-Fokus. Das ist wie gesagt das, was uns kommunikativ immer so verkauft wurde, aber das scheint gar nicht der Fall zu sein. Und damit will man natürlich auch klar den westlichen Spielern hier so ein bisschen Honig ums Maul schmieren beziehungsweise den Mund wässrig machen, weil wir ja generell eine Community sind im Westen, die eher auf PvE steht. Und im Osten der PvP-Wunsch viel, viel größer ist. Wir haben halt hier doch eine deutlich größere PvE-Community, deutlich weniger PvP-Spieler. Und damit ist natürlich Marketing bei uns immer deutlich erfolgreicher, wenn man auch sagen kann, wir haben Leute, wir haben Story, wir haben PvE. Weil das nun mal bei uns im Westen eher greift in der Breite jetzt. Natürlich haben wir auch PvP-Fans, aber in der Breite als eben der PvP-Fokus. Von daher, ja, muss man leider sagen, das wird sehr wahrscheinlich nicht in die Richtung gehen, dass PvE der Fokus wird. Absolut nicht. They held a Q&A with investors. They revealed some pretty big details about their plans for the game. First, confirming that the final round of Korean testing was taking place later that month, after which they said a global marketing campaign would begin ramping up. They then said they would be launching the game at some point in the first half of 2023, which would mean anywhere between right now and sometime in June or early July, and that another company would be in charge of launching the game in the West. Following that, on February 20th, they tweeted out that that final round of testing was taking place in just a couple of days. This was like their first really public-facing announcement of this test. And the final bit of this tweeted out announcement said that we should stay tuned for more information sometime soon. And it turns out that information, which was revealed just a few days later, was the news that Amazon Games would be the one publishing Throne in Liberty, continuing Amazon's recent, dare I call it an obsession or just involvement with the MMO genre from their very own developed and published New World, but then also the publishing of Lost Ark, the announced publishing of Blue Protocol, and now they are also publishing Throne in Liberty. Now, taking a look at the official announcement on Amazon's page does give us a few more details about all of this. So it says Amazon Games and NCSoft today announced an agreement to bring a massively multiplayer online RPG Throne in Liberty to North America, South America, Europe, and Japan. Amazon Games will publish the title for PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and X, and it will support cross-platform play. And I do believe this is the first time I have seen that cross-platform play is going to be a thing, which I think is really cool because it just opens up the potential player base all playing on the same servers. Going on, it says here that Throne in Liberty is a MMORPG that combines story-driven adventure and action combat, further driving into the action portion of this. Although from early testing it does seem like there is a strong Tab-Target emphasis. I am just going to conclude from all of this, from all of the Tab-Target discussion, everything we've seen that looked like Tab-Target and the action combat being brought up here and in other places that yeah, it's going to be like that hybrid system, that soft-lock system. So think ESO, think Guild Wars 2. Yeah, if it's on that level now and that's what I'm MMO im Westen release, dass du auf der Ebene auch ein bisschen was zu bieten hast. Wenn Spiele zu uns im Westen kommen, das sieht man auch immer herrlich an, was weiß ich, Foren, unter Artikeln, Videos, was weiß ich, wenn du einen sehr, sehr starken PvP-Fokus hast, gerade mit Zwangs-PVP oder von Loot-PVP, dann hast du automatisch bei uns im Westen schon sehr, 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 sehr viele Leute damit ausgegrenzt. Wir haben hier doch eine deutlich PvE-fokussierte Spielerschaft. Das siehst du auch an der Entwicklung von den ganzen großen westlichen Titeln. Sei das jetzt New World, sei das eh so oder Final Fantasy oder WoW. Die PvP-Spieler sind immer wie der Content-Creator, wenn Rookie das schön gesagt hat mal, sind immer eine, ja, so ein bisschen Bürger zweiter Klasse und bekommen immer deutlich, deutlich weniger Content, deutlich weniger Updates, deutlich weniger Liebe als die Fans vom PvE-Content. Bei uns im Westen, wie gesagt. Das ist halt super, super nice, ne? Also dieses Beispiel da gerade mit Wettereffekten und dann werden unterschiedliche Areale der Welt sozusagen aktiviert, ist natürlich super geil. Das kennen wir ja auch von, dass so dynamische Events halt Dinge triggern, kennen wir so ungefähr, so ein bisschen anders, aber so vom Prinzip her kennen wir das ja von MMOs wie Guild Wars zum Beispiel. Und das ist, finde ich, eine super geile Idee, weil es halt auch einen großen Fokus legt auf die Spielwelt und darauf, was eben da so passiert und darauf, dass es jetzt nicht eine statische Kulisse ist, die nur dafür da ist, dass du da halt beim Leveln durchrennst. Finde ich super nice. Also etwas, was mir an For the Liberty sehr, sehr gut gefällt. Deshalb umso bedauerlicher, wenn das Spiel dann halt nicht gut wird, weil nehmt doch mal irgendwie die Ideen von For the Liberty, die geil sind und dann ein richtig geiles westliches Spiel draus machen. So, das wäre, glaube ich, der Traum. Das wäre, glaube ich, der Traum. Es sei denn, na, For the Liberty kommt und wird irgendwie tausendmal besser, als wir alle jetzt glauben. Und alle Leaks, unabhängig voneinander, hatten Unrecht. Äh, sehr unwahrscheinlich, aber wenn das passiert, so, dann wird es das Beste in Memo aller Zeiten, Leute. Und das ist halt auch das, was ich meine. Also, wie gesagt, so zum, zum, zum Stichwort PvE-Fokus. In allen Bildmaterialien, die wir bis jetzt gesehen haben, in allen Videoschnipseln, die wir bis jetzt gesehen haben, ist immer entweder, oder fast immer, entweder Mountreise, ne, um zu demonstrieren. Wir haben hier übrigens ein System, dass du dich in einen Mount verwandeln kannst oder ein Tier. Oder du hast, äh, Kämpfe gegen Weltbosse. Okay, es wird halt Weltbosse geben. Oder du hast PvP. So, das ist das Einzige. Oder fast das Einzige, was wir an Bildmaterial hier immer und immer wieder sehen. Und deshalb, ähm, wie gesagt, ist eigentlich, äh, von Anfang an klar gewesen, wo der Hase hier läuft. Oder zumindest sehr, sehr wahrscheinlich, sehr naheliegend gewesen. Ähm, denn wir sehen so viel PvP in diesen Videomaterialien, die wir hier zur Verfügung bekommen. Eigentlich wirklich überwiegend PvP. Also, sieh mal PvP, PvP, PvP. We've got the day-night cycle, we've got rain and stuff, the rain, the storms, the gust of winds, all of those things that, yes, players will be able to influence themselves, be it through, uh, really rare gear or special abilities with long cooldowns, which I believe is specifically what we have heard. And then finally, wrapping it up, it says that Throne in Liberty continues Amazon Games' momentum and games publishing, following the success of its internally developed MMO New World, an Action-RPG Lost Ark from Smilegate, both of which have top Steam and Twitch Charts and continue to nurture stories in their community. Ja, weiß ich nicht. Also, ob man New World jetzt noch als Top, äh, Charts, also, ne, ist ja gerade das Thema gewesen, dass die Zahlen so beeindruckend sind und dass so große Erfolgsgeschichten sind. Ja, also, kommt drauf an, welche Einsprüche man hat. Aber ich glaube, gerade bei New World, ähm, ist das, was wir jetzt zuletzt hatten. Äh, auch wenn's jetzt ein bisschen wieder nach oben geht, dank der Season 1, aber, ähm, so richtig top würde ich das jetzt, würde ich das jetzt nicht nennen. So, das ist schon deutlich, deutlich unter dem, äh, nachvollziehbar, es hat ja Gründe, ne, wir alle kennen die Gründe, aber es ist natürlich deutlich unter dem, was die Konkurrenz so zu bieten hat, in Sachen Spielerzahlen. Der Start war halt gut, ne, das muss man dazu sagen, der Start war, äh, New World hat sich verkauft wie geschnitten Brot, die Marketingkampagnen waren insane, aber das ist ja nicht so, wie ich Erfolg, äh, definieren würde. Also, das ist natürlich erstmal monetärer Erfolg, das heißt, der Erfolg für die Leute, die daran verdienen, ist auf jeden Fall da gewesen. Los Ark hat, weiß ich nicht, wie viele Founderspacks verkauft, New World hat sich verkauft wie geschnitten Brot, die haben wirklich unglaublich viele, äh, Copies verkauft, aber so würde ich nicht, also das ist Erfolg gemessen aus der Perspektive derer, die damit Geld verdienen, aber Erfolg aus der Perspektive von uns, also was für uns Spieler erfolgreiche MMOs sind, sind MMOs, die lange gut laufen, also die über einen langen Zeitraum sehr viele Spieler haben, sehr gut betreut werden, gute Updates bekommen, das sind für uns erfolgreiche MMOs. Wir sollten uns nicht die Perspektive aufzwingen lassen, äh, dass erfolgreiche MMOs die sind, die sich viel verkaufen, das ist ein Erfolg, der uns scheißegal sein kann, solange die Leute, die das betreiben, genug verdienen und das MMO jetzt nicht eingestammt werden muss, aber für uns muss ein erfolgreiches MMO nicht sein, eins, das in den ersten vier Wochen so und so viele Copies verkauft hat, weil das kann uns scheißegal sein, wenn nach drei Monaten das MMO niemand mehr spielt und die Leute haben abgecached, dann ist das doch kein erfolgreiches MMO, wo ist das denn ein erfolgreiches MMO? Also das war dann kurzfristig monetär erfolgreich, aber für uns Spieler, für uns, die in der MMO-EPG langfristig, halbwegs langfristig spielen wollen im besten Fall, ist das, können das keine, keine, keine Metriken sein für Erfolg, das kann nicht das sein, woran wir Erfolg messen. Wir müssen Erfolg messen an der Art und Weise, wie das MMO betrieben wird, wie langfristig Spielerzahlen sich halten und so weiter und so weiter. Deshalb muss man da immer, finde ich, so ein bisschen die Perspektive derer, die damit Geld verdienen, in Kontext setzen mit unserer Spielerperspektive, mit dem, was wir erwarten von MMO und was für uns wichtig ist als Spieler. Und da muss man sagen, da ist dieser kurzfristige Erfolg zum Beispiel von New World jetzt relativ egal gewesen. Für uns ist wichtig, wie gut läuft das Spiel noch nach einem Jahr oder wie gut wird, werden neue Inhalte aufgespielt und wie aktiv sind die Spieler abseits dieser ersten völlig verrückten drei, vier Wochen, die wir immer haben. Thema hatten wir jetzt ja gerade bei dem von der Liberty Artikel von Sputti, dass diese anfangsmagische Zeit, die wird immer mitgenommen, aber das ist ja nicht repräsentativ. Eine MMO-RPG, was in den ersten drei Wochen, was weiß ich, wie viele Spiele hat, die Zahl kannst du in der Pfeife rauchen, das interessiert niemanden. Die ersten drei, vier Wochen eines MMOs, es sei denn, es geht halt komplett unter und niemand hat es auf dem Schirm, dann ist es halt, ist halt sehr scheiße. Aber so nach oben habe ich das Gefühl, ist halt die Grenze offen. So, es muss nicht heißen, dass ein Spiel langfristig super erfolgreich wird, nur weil es am Anfang irgendwie da die Bude eingestürmt wird. Das ist halt heutzutage so. Wir haben wenig MMOs, wenn welche kommen und die sehen halbwegs gut aus, spielen alle die. Das ist nicht repräsentativ. Das Spiel sollte auch nicht an diesen Zahlen gemessen werden, weil diese Zahlen sind ohne irgendeine Form von Zusammenhang, so. Das sind halt künstlich hochgepuschte Zahlen, die daher kommen, dass halt ein neues MMO-Release ist. Das ist nicht repräsentativ. Vielen, vielen Dank, Chakal, für die Neuen. Ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, Rauch Launch-Day-Numbers in der Pfeife. Das ist nicht ein Indikator dafür, dass die Spiele, das ist ein Indikator dafür, dass die Spiele gute Marketing-Kampagnen hatten. Das auf jeden Fall. Aber nicht, dass sie langfristig erfolgreich sind. Auf keinen Fall. Ich meine, wie viele hatte New World? War New World nicht bei knapp einer Million gleichzeitigen Spieler oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und wie gesagt, wir wissen ja, also das ist einfach, diese Zahl ist egal. Die ist einfach egal. Die ist nur dafür wichtig zu sehen, okay, die Leute haben es auf dem Schirm oder nicht. Wenn es keiner spielt, ist es halt kacke. Aber wie gesagt, es ist keine wichtige Zahl. It seems like both of them are pretty much in sharp decline, somewhere between 90% to 95% of reduction in peak player count from what they saw at launch. Although I think Lost Ark has maintained higher steady numbers. There's also the other side of that where a good chunk of those might be people multiboxing or just all of the bots that are evidently rampant in that game. But regardless, I can't take it away. We can't take away from Amazon the fact that they have launched games that saw some pretty phenomenal early success. And then also, I want to point out whatever problems you may have with Lost Ark as a game, it seems like Amazon's handling of the publishing of this game that was developed by another company, how the publishing in the West was done, seems like they did a pretty good job. So with that said, I'm fairly confident. Kann ich für Lost Ark leider nicht sagen, weil da bin ich gar nicht drin. Aber für New World kann man das auf jeden Fall bestätigen. Also beziehungsweise bei New World ist halt nochmal die besondere Situation, dass New World halt natürlich auch der Entwickler ist und der Publisher. Bei Lost Ark, wie gesagt, ich weiß, im Moment ist die Community extrem unzufrieden mit irgendwas. Ich weiß aber nicht mit was. Wie gesagt, ich bin da einfach nicht drin. Kann ich leider nicht so sagen. Bei New World hingegen finde ich, macht Amazon wirklich einen geilen Job. Also da würde ich komplett mitgehen. Die Art und Weise, wie dieses Spiel weiter betrieben wird, wie man da die Hoffnung nicht aufgibt, sondern wirklich gute Inhalte rauspusht, das ist schon sehr bemerkenswert. Da würde ich komplett mitgehen. Any of the problems that we may end up happening with Throne and Liberty, I don't think Amazon will be the ones at fault there. You know, as to how they've handled New World, I think it's a decent game that probably just needed a lot more content and just some more interesting systems. And maybe they're getting there. I really haven't kept up with New World in the past few months. But regardless, let's get back into the Throne and Liberty discussion. So all of that official stuff, you know, it's pretty cool. We know now at the very least to recap, we know they should be releasing the game at some point in the first half of 2023. They're running out of time here, but that's the current schedule and that Amazon will be the ones publishing, which, as I just said, I don't think is a negative. There are a lot worse publishers of Eastern MMOs coming to the West that we know could have taken this over. And I think Amazon is probably the one who's done the best of it so far. What's more interesting is some of the leaked information in particular that event that took place in February, that Korean local... Okay, jetzt kommen wir zu den Leaks. Also das war jetzt gerade von Liberty so ein bisschen Spielevorstellung, die mir wie gesagt ein bisschen zu wenig kontextualisiert war, aber also war einfach die Wiederholung des Marketing-Sprechs, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, dann haben wir jetzt eben die Infos gehabt bezüglich, also die quasi die Aufarbeitung, welche News wann an die Öffentlichkeit traten, was wir wann erfahren haben, ne, zum Beispiel mit Amazon als Publisher. Jetzt kommen wir zu den Leaks, der größte Teil, zu Recht der größte Teil. Ähm, und da bin ich jetzt gespannt. Ich hoffe, da würde jetzt so das ein oder andere, was eingangs quasi nur wiederholt wurde an, wie gesagt, Marketing-Gedöns, wird jetzt hoffentlich ein bisschen in den Kontext gerückt. specific hands-on playtest. We got some leaked information out of that, basically recapping some of what people thought about their time with the game. Now evidently this test was incredibly small. It was said that somewhere around a hundred people were invited to try it out during these couple of days. And one of the general consensus when it comes to what the game is like is it was said that it feels like a combination of lineage, World of Warcraft, The Witcher, and Lost Ark. I'm not exactly sure what to make of it. Obviously the game has a lineage heritage because that is the franchise that Throne Liberty, TNL, Project TL, that is where it comes from. World of Warcraft for maybe the modern day systems, Witcher for maybe the setting and visuals, and Lost Ark, maybe the monetization scheme. I don't know how possible. Some highlights here from this. Also das ist natürlich, ne, also Witcher, WoW, Lost Ark und Lineage als alle vier sozusagen in einem Topf geworfen. Keine Ahnung, ob das ansatzweise auf den Punkt bringt, was dieses Spiel dann sein wird. Was klingt, das klingt, das würde ich sagen, ja, da ist Blobby Volley, Minecraft, League of Legends und so ein bisschen GTA drin. Okay. Leaked Thread that came via a Twitter post. They said that while the game is cross platform, it does have a very strong PC feeling to it. Das ist geil. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also die Info, dass man, und das hatte ich jetzt auch schon mal gelesen, dass es sich nicht anfühlt wie ein Spiel, das quasi wo der PC-Port mal wieder so eine Alibi-Veranstaltung ist. Und du merkst, das Spiel ist für Konsolen oder für Mobile oder sowas ausgerichtet. Sondern wie hier schon sehen, dass es sich anfühlt wie ein PC-Spiel. Ist schon auf jeden Fall mal sehr, sehr gut, weil das ist alles andere selbstverständlich. Von daher, Daumen oben, nach oben. As I'm concerned. Visuals were said to be pretty strong. It looks good, the game looks good and that pretty much pans out from what I've seen in the trailers. Maybe a little generic looking, but I do think the visuals and some of what they've shown looks pretty awesome. They said that NC has in fact put a big focus on the story. Personally, not that big of a deal to me, not really what I come to the MMO-Genre for, but for people who are looking for Das, äh, weiß ich nicht, wo er die Info her hat, weil ich hab mehrmals jetzt gelesen, dass Leute geschrieben haben, die Story ist ne absolute Alibi-Veranstaltung, die wir unzusammenhängend und, ähm, ja, so teilweise auch nebenbei erzählt wird und eben absolut keinen Fokus hat. Also es gibt Story durchaus. Ähm, wir haben ja sogar schon irgendwie so ne Webseite gehabt, die so ein paar, äh, Story-Happen und sowas, äh, geliefert hat. Aber, äh, die Leute, die, äh, die Leaks eben, äh, rausgebracht haben oder Leute, die, äh, von den Playtests, äh, berichtet haben, haben, äh, so zumindest wie ich gelesen habe, alle geschrieben, dass die Story eben keinen großen Fokus hat. Vor allem auch nicht gut ist. Also nicht, nicht auf eine Art und Weise, äh, delivered wird, dass man jetzt das Gefühl hat, ähm, ne, wie bei einem Final Fantasy oder beim Star Wars oder so, dass man da jetzt, äh, eine tolle narrative Erfahrung geboten bekommt. Ganz davon abgesehen, dass sowieso die Frage ist, ob jetzt Story bei so einem MMO-RPG, weil das ja jetzt auch kein klassisches Theme-Park-MMO ist, ob das jetzt so eine Riesenrolle spielt, ne? Wenn man an die Story denkt von Black Desert oder die Story von Archage oder die Story von im Grunde eigentlich fast jedem asiatischen MMO, weiß ich nicht. They said that there looks to be a lot of solo potential for this game, which is absolutely like the lifeblood of the MMO genre. I know Massively Multiplayer Online, it's in the name, right? But far as I know, a good chunk of the people who play MMOs like to play solo, at least some of the time, if not all of the time, barring content that requires groups. I know just personally, I spend a lot of my MMO time mostly doing stuff solo and then finding groups for the things that require groups. So good to hear that Throne of Liberty is going to have solo potential. Now one thing, that's the question, what with the solo potential mean is, if it's just reines Grinden is, what you solo do. It's like immer, ne? Also Solo Potential, beziehungsweise Solo Inhalte, müssen halt auch spaßig sein, so dass du das Spiel solo spielen kannst, cool, aber das muss dann auch wirklich sinnvoll sein. Also wenn ich jetzt Solo mich in der Gruppe Mobs reinstelle und da fünf Stunden am Stück grinde, ist es nicht die Art von Solo-Spieler Erfahrung, glaube ich, die man sucht. Er hat natürlich völlig recht, moderne MMORPGs sind in der Regel immer mehr darauf ausgerichtet, weil eben die Spieler so ticken, dass sie solo sehr gut spielbar sind. Wir haben das gesehen bei Final Fantasy mit dem Duty-Final-System, wo du mittlerweile fast alles Solo machen kannst. ESO hat immer mehr Solo-Spieler Möglichkeiten über das Begleitersystem, die Solo-Challenge-Arena und so weiter und so weiter. Das heißt, der Trend geht ganz klar in die Richtung, weil immer mehr MMO-Spieler alt sind, weniger Zeit haben, weil sie Familien haben oder Arbeit oder sonst was. Und es genießen, wenn sie abends ein Stündchen oder zwei Solo spielen können und dann vielleicht hier und da mal connecten für Gruppeninhalte. Das hat er absolut richtig beschrieben. Aber es geht natürlich auch um die Qualität der Zeit, die du solo verbringst. Nicht nur um die Tatsache, dass du Solo-Zeit verbringen kannst, sondern es muss auch um die Qualität dieser Zeit gehen, die du dann solo verbringst. Und wenn die Qualität der Solo-Zeit nicht gut ist, dann bringt es mir nichts, dass ich Solo spielen kann. Da spiele ich natürlich was anderes. Also es muss ja auch guter Content sein, der als Solo-Spieler-Content in diesem Gefüge, dass das MMO mitbringt mit den anderen Inhalten, die es mitbringt, dann eben auch funktioniert und ausreichend motivierend ist. ...it came from this that is probably gonna raise some eyebrows, uh, was this is a translation, keep in mind, and translations don't always translate, it's just the nature of different languages, but it was said that there is automatic hunting in the game. To me, this sounds like what it's supposed to say is auto-combat. And to further support this notion, some of the leaked videos that have come out, uh, from testing over these past few months, there's been leaks, I'm not gonna show it here, because that'll get this video taken down, but yes, we have seen auto-combat. If you don't know, auto-playing is something that is common in many Eastern developed MMOs, and it's basically, in the game, you can hit a button and your character does all of the things for you. It engages in combat, it does its rotating spells, it uses things on cooldowns, it just, it's, they're games that play yourself, and it seems like it might be the case that Throne and Liberty is going to have auto-combat. And some of the complaints that were coming out of this early testing was the fact that, hey, auto-hunting is not fun, which, yeah, you don't, I don't want a game that plays itself. I mean, there's, you know... I mean, we can also auto-play spaßig sein. Die Definition von auto-play ist, dass du nicht involviert bist. Also wie, das ist der geilste Satz, den ich je gehört habe. Das auto-play macht keinen Spaß in dem MMO. Ja, also auto-play wird definiert dadurch, dass du nicht, du bist kein involvierter Teilnehmer. Wenn auto-play stattfindet, bist du irgendwo Blumengießen, so. Das ist ja klar, dass das keinen Spaß macht. Ähm, man muss halt dazu sagen, ne, wir haben ja vorhin in dem anderen Artikel gesehen, dass es wohl so ist oder so sein soll, dass du eben natürlich nur Auto-Attacks und vielleicht so ein paar Abilities hast. Du kannst natürlich den fordernden Content nicht mit auto-play machen oder mit auto-combat, aber du hast natürlich in der Tat, ähm, diese Grind-Möglichkeit. Also im Sinne von, so ein bisschen wie das Auto- Fischen in BDO oder so. Stellst dich halt irgendwo hin, drückst auto-play, gehst was weiß ich wohin, Fußball spielen oder sonst was. Und wenn du wiederkommst, hast du halt irgendwie fünf Level gemacht, ne? Das wird's eben, äh, schon geben und ja, da kann jeder mitmachen, was er will. You know, the auto-chest games were kinda cool, I liked those, but that's not what I want out of my MMOs. And it also has me concerned that the, the basic combat will be dumbed down enough that auto-hunting is even a viable option, which, you know, I don't think I was necessarily expecting crazy in-depth, difficult combat where you were just on the verge of death with every pull. That's not what I was expecting from Throne and Liberty. That's not what I expect from most MMOs, especially most Eastern-developed MMOs. A lot of it is just like smashing through hordes of enemies. In most of the games in the genre nowadays, that's just kind of how it is. The presence of auto-hunting and the fact that this game is going to be playable on phones, which to clarify, it's not going to have a phone version of the game, but there will be a streaming service that lets you play the game on mobile devices. And even just the fact that that is a reality, yes, the game is going to have a phone, a way to play it on the phones. It just won't be a phone app if that distinction makes any sense or matters at all. I'm pretty confident from these leaks, from the fact that there's going to be a phone version of the game and from the leaks before these leaks, the actual gameplay we've seen, that there's going to be auto-combat in this game and maybe just the presence of that is enough to put people off. I absolutely don't love it. I don't want... Nicht nur maybe. Wenn das drin ist, so wie gesagt, wir haben alle Lust auf diese magische erste Zeit, wir haben alle Lust auf ein geil aussehendes MMO-RPG mit hohen Produktionswerten, also wo du zumindest merkst, da ist viel Geld reingeflossen, das ist jetzt kein Indie-MMO oder so, aber das ist natürlich ein absoluter Dealbreaker für ganz viele Leute, nicht maybe. Also bei uns im Westen zumindest mit Sicherheit. I don't want... That's not the news I was hoping to hear. And then the last bit of info that came from this leaked thread was said that there was a system in the game called Magic Doll that boosts experience and drop rates. Now there were no details as to what this Magic Doll system was, if it was like a buff that you could get in the game, if it was a consumable, in which case we might assume that that would be tied to the cash shop. There was no further extrapolation as to this, just it was said Magic Doll is a thing and a boost experience and drop rates. So we'll see what that means. A bit concerning some of the stuff here in particular there was also some discussion about how it seems like the game is going to be heavily monetized, which I guess shouldn't come as too much of a surprise. Now there was another League... the expectation that it will be a game that is very hard monetized. Even if it is maybe we got a plugin, but a bit into the West the way, that's very important. And again, neben the autoplay, and other negative aspects that we've heard, there is another thing, where the 1950s kind of . Geht vielleicht bei der Mann oder anderen. So this was a leaked, it wasn't even a real screenshot, it was a photo of a screen. I mean, how verifiable is this? I'm not sure. There are sources that I've heard that this is in fact something that's happening right now because right now, as I'm recording this, it is April 4th. So apparently there might be an Amazon Games alpha test of Throne and Liberty taking place at the moment. And if that is in fact the case, if that's happening, I would expect at some point within the next couple of weeks, some leaks to come out of this as well, because that's just how it is. Even with these heavy NDAs, we always, always end up seeing leaks. So to wrap things up here, I want to say that yes, I am looking forward to this game. As I mentioned on the top, I think it's cool to have a new MMO, but as much as I am excited for it, I have to keep reminding myself that this is a game developed by NCSoft and for that reason we should 100% without question expect a big old cash shop full of some variations of pay to win, time savers, boost, currency exchanging, outfits with huge quality of life buffs, you name it, it'll probably be in there. Ultimately though, the way I feel... I think that's what it is all. Also er hat gerade die ganzen negativen Monetarisierungsgeschichten und auch Systeme, die damit verbunden sind, weil du baust ja immer so Systeme, dass du sie entsprechend monetarisieren kannst. Also es werden ja oft immer Lösungen verkauft für Probleme, die du selber ins Spiel programmierst. Und das kennen wir ja aus asiatischen MMOs sehr gut. Aber on top zu dem, was er gerade beschrieben hat, käme dann ja noch, immer vorausgesetzt, die Leaks sind halbwegs zutreffend. Das Autoplay-Ding, PvP-Zwang oder zumindest offenes PvP ohne Bestrafung in der Nacht. Dazu käme dann die Tatsache, dass du ein sehr, sehr statisches, langsames Kampfsystem hast. Dazu käme ein großes Fragezeichen bei der Performance, selbst wenn du ein relativ zurückgenommenes Combat hast. Keine Ahnung, ob die Performance gut wird bei so vielen involvierten Spielern. Also es gibt einige, einige, einige Fragezeichen leider, einige Dinge, die man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, wenn man sich auf dieses MMO freut. Man kann sich natürlich trotzdem drauf freuen. Ich freue mich da auch drauf, das zu zocken. Aber eben mit einer gewissen Erwartungshaltung, die jetzt nicht unbedingt da jetzt mir das Blaue vom Himmel sozusagen verspricht oder wo ich das erwarte. Ich werde sehr glücklich sein, wenn wir einen guten Monat oder zwei von Spaß bekommen. Ich erwarte wirklich nicht viel mehr. Das zeigt dir, wo meine Erwartungen sind, zumindest wenn es für viele ästern-developte MMOs in particular kommt. Das ist ein ganzes Problem. Läuft-Games. That it just always, always, always seems to be heavy pay-to-win. And so much of that has spilled over into everything that's Western-developed as well. This isn't specific to Eastern-developed MMOs. With but a few rare exceptions, most modern-day new MMOs have all of that stuff as well. But regardless, here's the deal. If this comes out and I can sit down and experience a new world and play with all those people, enjoy that hype around launch and going out and discovering new things and taking on these challenges and play up until the point that I'm fed up with all of the game's garbage and whatever, whatever, whatever that entails. I'm fine with that. That's about all I expect. And there's so many games out there. Way too many games that we can even reasonably play. It's fine. Whatever. I'll take what I can get from this thing. As an MMO-Fan, I am anemic when it comes to you. Just give me more. You know, just give me something else. Give me something new. I need something fresh. Come on, please. Gib mir überhaupt mal irgendwas, könnte man da einwerfen. Ja, also, ne, geht so ein bisschen in die Richtung von dem Artikel von Sputti, den wir vorhin gelesen hatten. Vielleicht sollte man, vielleicht sind wir mittlerweile in einem Zeitalter, wo man MMOs in zwei Kategorien einsortieren sollte. Nämlich Potenzial, dauerhaft gespielt zu werden und lustig für ein, zwei Monate. So, weil ich hab das Gefühl, so, die MMOs sind eigentlich alle relativ gut, zumindest für die meisten Spielertypen. Es gibt immer natürlich Leute, die MMOs über Jahre spielen, die andere Leute dann einen Monat spielen. Aber ich hab das Gefühl, so, zumindest bei uns im Westen sind meistens MMOs sehr klar in Kategorie eins oder zwei. Und selbst sowas wie Lost Ark. Lost Ark ist ja ein Spiel, wo es bei uns auch durchaus im Westen viele Leute gibt, die das gerne spielen. Aber für einen großen Anteil, also ich würde sagen, bestimmt so für, keine Ahnung, für einen großen Anteil auf jeden Fall, ähm, ist Lost Ark ein Spiel gewesen, das in Kategorie zwei gefallen ist. Also war spaßig für einen Monat oder zwei. Und dann hat man gesehen, was das Endgame von mir verlangt, das hat man, dann hat man gesehen, welche Systeme das Spiel mitbringt, äh, was den Ding, den Endgame-Grind angeht, was das RNG abgeht, äh, angeht, was, ähm, die Tatsache angeht, äh, wie andere Leute mit ihren Twings, Dailies machen und so weiter und wie man da mithalten muss. Und deshalb ist auch Lost Ark zum Beispiel zwar für einen gewissen Teil durchaus ein MMO der Kategorie eins, also Potenzial für Jahre, aber für die meisten eher ein MMO dann gewesen für Kategorie zwei. Ähm, deshalb, ne, man kann das schwer pauschalisieren, aber man kann zumindest so grob versuchen, diese beiden Kategorien immer, finde ich, mit einzubeziehen, wenn es darum geht, dass jetzt ein neues MMO kommt. Und ich finde, bei Throne and Liberty, äh, haben wir sehr, 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 sehr viele Anzeichen für Kategorie zwei und relativ wenig leider für Kategorie eins. Ähm, na, wo Kategorie eins MMOs relativ klar so was sind, halt wie die großen, also Guild Wars 2, WoW, äh, Final Fantasy, so, das sind natürlich klassische Kategorie eins MMOs, würde ich sagen. Natürlich nicht für jeden, aber halt für viele. Und, ähm, diese, diese, äh, Tatsache eben, dass der Anfangs-, der Release-Zeitraum halt immer geil ist, so, und man den immer mitnehmen kann, immer eine schöne erste magische, äh, schöne erste drei, vier Wochen sind oder so. Ähm, ist auf jeden Fall was, was wir mitnehmen können, aber bitte gib mir mehr MMOs aus Kategorie eins. Die Potenzial haben für eins. Das wär so schön. Ich kriege so wenig. As for the release, like I said, Throne and Liberty is still, as of now, planned and said to be launching in the first half of 2023. Now, during a recent shareholder meeting, they were asked about this, and their response was, uh, that they're coordinating the release date with Amazon. So it sounds like the ball is just in their court. My guess is, Amazon is currently focused on the localization, as well as a release timing, trying to find a window where there isn't too much competition. You know, June is gonna be a pretty big month, especially, you know, Diablo 4 is launching. You might not think they're competitors, but they are absolutely competitors. There is certainly a huge crossover in the Vendai. Es ist dasselbe, wenn immer die Leute sagen, Diablo 4 und ESO werden keine Competitors. Ah, jedes halbwegs, ähm, etablierte Multiplayer-Online-Universum, was so nah aneinander released, ob das jetzt Diablo 4 und Throne and Liberty wären oder Diablo 4 und ESO, also Necrum, die kommende Erweiterung, da hast du immer, äh, eine gewisse Konkurrenzsituation, die, sagen wir mal, zumindest nicht ganz optimal ist. Ähm, und da wollte ich gerade drauf, äh, zu sprechen kommen, hat er mir wunderschön aus dem Mund genommen, die Worte. Juni ist schon mal schwierig, ne? Also, wann will Throne and Liberty releasen, wenn sie sie nicht doch noch verschieben? Im Juni kannst du ja vergessen, niemand will im Juni releasen, vielleicht höchstens Ende Juni, ähm, und, äh, Ende Juni, Anfang Juli, aber das wäre schon quasi das Letzte, wo man sagen könnte, okay, es ist wirklich noch Q1. Äh, Mai scheint sehr unrealistisch, das wäre ja schon in zwei, drei, vier Wochen oder sowas. Von daher, es spricht schon doch auch einiges dafür, dass es vielleicht auch noch verschieben ja. ...de Diablo 4-Player und MMO-Fans. Und dann gibt es auch die Diablo-Player, die MMOs lieben, aber keine Ahnung, sie sind wahrscheinlich nicht auf diesen Kanal, oder? Uh, yeah, anyway, uh, we'll see what happens, I don't know if they're actually gonna hit that first half or not, um, especially since nothing's been announced, and we're, you got like a couple months left, so maybe, maybe closer to fall, sometime around August, September, something like that, we'll see, but either way, despite all the drawbacks, despite the fact that it's probably gonna be super pay-to-win and have a huge cash-off, despite the fact that it's got likely, almost certainly, an autoplay feature to the game, it's a new MMO, I'm gonna check it out. I'll keep you up to date as we get any big new information. But that's gonna do it for today. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed the vid. Also, ne, soviel zu, ähm, Throne Liberty, das war jetzt ein sehr, sehr langes, äh, Segment, weil wir jetzt sowohl die beiden Artikel hatten, als auch, äh, dieses 18-minütige Video, also sorry, dafür, es wird schon wieder ein langes YouTube-Video. Äh, wie gesagt, für den YouTube-Teil, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob einer der, äh, Leaks oder einer der, mittlerweile haben ja auch ein paar Dinge, die ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher sind, wie jetzt das Autoplay oder das, äh, sogar bestätigt, wie das PvP in der Nacht, wo du eben keine Strafen bekommst, also offenes PvP, äh, für alle, ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr trotzdem Throne Liberty spielen werdet, wenn ja, warum, wenn nein, warum? Und lasst mir immer natürlich gerne einen Daumen und ein Abo da. Äh, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Endenburger. Dan und ein Abo da . Untertitelung des ZDF, 2020